Natürlich ist kulturelle Passung ein Riesenthema, aber Kulturen sorgen für Homogenität. Kulturen sind erstmal der Feind von Diversität. Deswegen ist es auch so wahnsinnig schwer, Diversity in viele Unternehmen hineinzubringen, wo sie nicht schon längst ist. Liebe Christina, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in der aktuellen Ausgabe von SMP Leader Talk. Ja, danke dir, Georgi, für die Einladung. Es ist mir eine Freude, dich schon mal in deinem Podcast kennengelernt zu haben. Das war ein super spannendes Gespräch mit dir, auch durch deine Vorbereitung und deine Kenntnisse der Führung. Deswegen freue ich mich besonders, dich heute bei uns begrüßen zu dürfen. Zum Einstieg, du hast ein super Buch geschrieben. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, The Real Book of Work. Eine Frage habe ich in diesem Kontext. Wenn man bei Amazon jetzt nach Management-Literatur sucht, werden über 100.000 Bücher aufgelistet. Wenn man deine Bewertungen anschaut, dann fällt dein Buch sehr positiv auf. Was schätzt du, was ist das Geheimnis deines Buches? Warum ist das so populär? Und was ist deine Differenzierung in diesem Ozean an Management-Literatur? Ja, also zum einen, ja, ich meine, es sind Hypothesen, die man da jetzt hat. Also ich glaube, zum einen ist es der richtige Zeitpunkt gewesen. Ich denke, dass sich viele Führende in der letzten Zeit schon mal so ein bisschen interessiert haben für, was ist denn das Systemische, der systemische Blick auf Unternehmen oder der systemische Blick auf Führung. Also ich denke, da wurde in den letzten Jahren der Boden ganz gut vorbereitet. Das Zweite, was ich denke, ist, dass wir es geschafft haben, diesen ja teilweise etwas schwer verständlichen oder schwer zugänglichen Stoff oder manchmal auch so ein bisschen eckig-kantig wirkenden Stoff so aufbereitet zu haben, dass es wirklich Freude macht, es zu lesen. Also ich habe jetzt schon von vielen Menschen die Rückmeldung bekommen, sie haben sich regelrecht festgelesen am Buch oder haben es in einem Rutsch durchgelesen. Und das Dritte ist, dass wir, also Christina Ackermann und ich das ja zusammen gemacht haben. Also ich habe den Text geschrieben und sie hat diese wunderbaren Infografiken, Illustrationen und Comics gemacht. Und zum einen macht es, glaube ich, auch einfach Freude, das eben immer wieder so in dieser Kombi zu lesen. Und das andere ist, dass es witzig ist. Also es haben sich viele Leute auch schlapp gelacht. Und ich kann auch nur bestätigen, ich finde Christinas Illustrationen auch so cool. Und dieser ganze Entstehungsprozess des Buches war so voller Freude, weil wir uns immer gegenseitig irgendwie unterhalten haben. Also ich habe ihr einen Text geschickt, sie hat sich kringelig gelacht. Sie hat mir eine Illu geschickt, dann habe ich mich kringelig gelacht. Und dann haben wir gedacht, okay, aber gut. Und ich denke, wenn sich das ein Stück überträgt, dann ja. Kann ich gut nachvollziehen. Deine Hypothesen scheinen tatsächlich validiert zu sein. Aber du hast ja das Thema systemische Perspektive auf die Organisation, auf die Führung erwähnt. Vielleicht kannst du das erläutern, weil das, glaube ich, immer noch ein bisschen eine Wolke ist, die durch Nebel zu sehen ist und für viele einfach nicht klar umrissen. Wie würdest du das auf den Punkt bringen? Dass man Führung nicht an Führungskräfte outsourcen kann. Also das ist, glaube ich, erst mal ein Gedanke, der ziemlich quer im Stall steht, weil wenn man über Führung nachdenkt, man ja immer über das Handeln von Führungskräften nachdenkt. Oder über die Wirkung von einzelnen Führungskräften. Und der systemische Blick sagt, ja, das ist natürlich auch wichtig. Das ist aber auch nur ein Teil von Führung. Nämlich noch viel wichtiger ist die Frage, was führt denn alles in einem Unternehmen? Also woher wissen denn die Menschen den lieben langen Tag lang, was sie zu tun und zu lassen haben? Das wissen sie ganz sicher nicht nur, weil es Führungskräfte gibt, die auch nicht pausenlos neben ihnen stehen und sagen, tue dies und lasse jenes. Sondern das wissen sie natürlich aus ganz vielen anderen Dingen. Es gibt so viele Strukturelemente. Damit kennst du dich ja wunderbar aus, Georgi. Und das ist natürlich nicht zu unterschätzen, wie wirksam es ist, wenn Unternehmen Regeln haben. Und Unternehmen haben eine Unzahl von Regeln. Und viele davon sind eben formal, also in Arbeitsverträgen, in Prozessen festgelegt, in Handbüchern, in Visionspapieren, in OKR-Prozessen und, und, und. Und es gibt natürlich auch viele Regeln, die nicht formalisiert sind und die eher informell oder kulturell vorkommen. Also sprich, nicht unbedingt explizit niedergeschrieben sind, aber die das Verhalten der Leute trotzdem extrem steuern. Und das alles in den Blick zu nehmen, das ist erst mal ein ziemlicher Blickwechsel, Musterwechsel, der eben typisch ist für einen systemischen Blick auf Führung. Und ja, und vielleicht noch was Zweites daneben zu stellen. Führung vollzieht sich dann, und das ist eine Formulierung, die ich von Rudi Wimmer übernommen habe, wenn sich Führende fragen, was tun wir hier eigentlich? Und sind es die richtigen Dinge oder müssen wir anderes tun? Das heißt, Führung nimmt die Zukunft, die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens in den Blick. Und reflektiert, ob die Unternehmung, so wie sie jetzt ist, eben zukunftsfähig aufgestellt ist. Und wenn das routiniert erfolgt, also regelmäßig, dann kann man sagen, dann passiert Führung. So, und jetzt könnte ich noch so viel erzählen, aber ich denke, das sind eben alles Dinge, die erst mal nicht unbedingt ins Gespräch kommen, wenn man sich über klassische oder andere Wege dem Thema Führung nähert. Und da sind wir immer bei heroischen Ansätzen, bei der Führungskraft als Held, als Heldin, die ganz vieles Tolles tut und ihre Persönlichkeit entwickelt und andere inspiriert. Und ach, name it, du kennst das alles. Und ja, da bleibt dieser ganze andere Horizont unbeachtet. Lass uns das bei den Helden der Führung starten, wenn wir jetzt Elon Musk nehmen. Ja, der gilt ja zur Zeit so, als die Figur, die eine Unternehmung zu einem enormen Erfolg führen kann. Jetzt aktuell nicht überall, aber sagen wir als Hypothese, es gibt solche Helden. Gibt es die, Christiana? Oder ist das nur ein Teil der Wahrheit? Ja, sicherlich nur ein Teil der Wahrheit. Denn wer ist denn schon ein Held ohne Menschen, die diesen Held zum Helden krönen? Ja, ich meine, klar, es mag auch Helden geben, die sitzen den ganzen Tag auf dem Sofa und fühlen sich trotzdem als Held. Soll vorkommen. Aber genau, also erst mal entscheidend ist ja die anderen, ob da jemand als Held betrachtet wird oder nicht. Und natürlich ist es nicht außer Betracht zu lassen, dass einzelne Führungspersonen, gerade an der Spitze von Unternehmen, und da nehmen wir von mir aus auch Elon Musk, natürlich auch Projektionsflächen sind für ganz, ganz vieles, was man ihnen zuschreibt oder worauf man sein eigenes Verhalten auch ausrichten mag. Ja, also wenn du dich vielleicht fragst, ach, was macht er oder wofür steht er und was sind die drei Dinge, die er tut, die ihn so erfolgreich machen, dann kannst du sagen, ja, und das ist mein Vorbild, das ist mein Held und das probiere ich jetzt auch. Na klar, das kann man ja so machen. Das ist ja... Ich meine jetzt aus der Perspektive der einer Unternehmung, die zum Beispiel Elon Musk jetzt gründet und sagt, wir wollen auf den Mars fliegen, zieht er damit auch nicht Menschen, die sozusagen diese Projektion heldenhaft finden und ein Teil dieses Vorhabens und vielleicht auch Heldentat sein möchten, weil die verzichten ja auch unglaublich viel, weil bei ihm ist das Arbeitsumfeld, soll wirklich sehr, sehr schwierig sein und trotzdem zieht er die Menschen an, die vielleicht bereit sind, diese Aufopferung darzubieten. Das meine ich jetzt aus der Perspektive einer menschlichen, zentralen Anziehung. Ja, also die gibt es natürlich, klar. Also die, da kann ich nur sagen, ja, gibt es und es ist wahnsinnig interessant zu beobachten, wie einzelne Führungspersonen es eben schaffen, dass man ihnen so gerne folgt und dass man Dinge aufgibt, dafür dabei zu sein und mitzumachen, klar. Und vielleicht, weil wir ja vom systemischen Blick jetzt kamen, es gibt ein Strukturelement in eben dieser systemischen Betrachtung von Unternehmen und das sind Personen. Und zwar Personen. Nicht den Menschen, sondern Personen. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass es hier darum geht, und dass eine Person innerhalb eines Unternehmens gebacken wird, gemacht wird, erschaffen wird. Nämlich darüber, wie ihr Ansehen ist, wie man über sie redet, was man über diese Person denkt. Und dann geht es ja immer wieder darum, wie steuerst du dein Verhalten jetzt im Hinblick auf diese Person? Also was ist deine Erwartung, was diese Person von dir erwartet? Und darüber regelst du dein Verhalten. Und jetzt nehmen wir mal an, du bist irgendwie Führungskraft eines Bereichs und du hast jetzt gleich ein Meeting mit deinem Vorstand. Und dann weißt du schon ganz genau, okay, der hat nicht viel Zeit. Der braucht immer mindestens ein Bild in der Präsentation, sonst hört er mir sowieso nicht zu. Und er braucht irgendeine Grafik, wo ich ihm toll irgendwelche Zahlen aufbereite. Und dann muss ich ihm noch auf einer Folie drei Argumente bringen, warum er dieser Entscheidung jetzt folgen soll. Und wenn ich das so mache, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er einen kurzen Blick drauf wirft und dann sagt, jawohl, Georgi, wunderbar, hast du wieder toll vorbereitet, so machen wir das. Und das ist also eine Zuschreibung, dass du sagst, mein Chef tickt so. Und deswegen bereite ich mich genau so vor. Und darum geht es, dass er eben der Chef ist, dass der es gerne knapp, präzise, mit Zahlen und Bildern belegt hat. Ist. Ja. So, das ist so diese Idee von Personen. Und Personen, wenn ich mich nicht irre, kommt ja aus dem Begriff Maske. Was sagt? Das würde also kontraintuitiv zu allem stehen, was viele mit Authentizität verbinden, weil Maske ist alles andere authentisch zu sein, sondern wie Dr. Sprenger sagen würde, authentisch zu wirken. Das ist die Aufgabenstellung, weil wir ja auch in allen Systemen, sei das Familie, Freundschaften oder auch Unternehmen, die Personen sind und nicht die Menschen. Wann sind wir eigentlich dann der Mensch? Ja, das ist, finde ich, eine philosophische Frage. Was ist überhaupt der Mensch? Was ist der ganze Mensch? Was gehört alles dazu? Körper, Geist, Seele, Spiritualität. Es gibt, das Lustige ist, ich habe hier gerade so ein schönes Modell, das habe ich mal kennengelernt, als fünf Säulen des Selbstwertungsprozesses. Das hängt hier gerade zufällig am Flipchart, weil ich da letztens mitgearbeitet habe. Und da gibt es so fünf Bereiche, Körper und Gesundheit, Gesellschaft und Soziales, Werte und Sinn, materielle Sicherheit und Arbeit und Leistung. Und wenn du sagst, in diesen fünf Bereichen kann ich Mensch werden oder Mensch sein und kann schauen, wie ist das bei mir in der Balance. Und die Idee ist, dass das dann, je nachdem, wie ich es lebe, meine Identität ist und die Zufriedenheit und das persönliche Wohlbefinden. Aber gut, also da sind wir jetzt dann in einem anderen Bereich. Aber genau, deswegen finde ich, ist das durchaus eine spannende Frage. Was ist das eigentlich, der Mensch oder der ganze Mensch? Und vor allem, wenn man an den Begriff aufgreift, menschenorientierte Führung. Ja. Ja, in deiner Welt gibt es keine menschenorientierte Führung, oder? Doch. Wenn du, weil jetzt ist ja wieder die Frage, wie fülle ich jetzt den Begriff, ne? Also, was ist denn menschenorientierte Führung? Kann ich ja erst mal sagen, ja, das ist doch erst mal ein Begriff, der hört sich doch schön an. Da kann man doch ja dazu sagen. Jetzt müssen wir ihn natürlich mit Bedeutung füllen und sagen, was meinen wir damit, ne? Und wozu man sicherlich ja sagen kann, ist, dass es keine unmenschliche Führung geben sollte, oder? Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Punkt. Christine, jetzt, wenn ich aus der Perspektive der systemischen Führung sozusagen das aufgreifen würde und sage, ich merke aktuell die Tendenzen, wo man nur auf die Systeme achtet und die Personen und die Menschen ein bisschen ausklammert, weil man sagt, die Verhältnisse prägen das Verhalten und die Menschen folgen nur den Verhältnissen, aber die Menschen verändern die Verhältnisse auch. Das ist ja eine bedingte Kausalität, glaube ich, und die Dynamik. Natürlich, also das wäre ja das Kind mit dem Bade auszuschütten, zu sagen, dass jetzt plötzlich nur noch die Verhältnisse das Verhalten prägen, ne? Sondern wir brauchen hier natürlich immer diese Idee von Interaktion, von Rückkopplung und es gibt auch wieder aus der Systemtheorie so diesen Begriff der strukturellen Kopplung, wenn man jetzt so will, kann man den einmal hier ins Feld führen, den kann man jetzt aber auch schon wieder vergessen, weil, ich meine, letztlich geht es darum, es beeinflusst sich gegenseitig, ja? Ich habe natürlich immer die Möglichkeit als Teilnehmer, als Teilnehmerin an einem Kommunikationsprozess und so würden wir ja darauf schauen, auf das, was in Unternehmen passiert, nämlich, ne? Es sind Kommunikationsprozesse und natürlich sind diese Kommunikationsprozesse sehr kraftvoll, sehr mächtig, die, natürlich beeinflussen die mich ganz stark in dem, was ich eben tue und vor allen Dingen, was ich alles nicht tue, weil es wäre ja so vieles möglich, was ich alles nicht tue, wenn ich zum Beispiel gerade arbeite, aber natürlich kann ich je nachdem auch wie auf mich geschaut wird, welche Position ich habe im Unternehmen oder in einem Team, kann ich natürlich auch Veränderungsimpulse setzen und sagen, so, ich habe übrigens über uns nachgedacht, ich finde, das reicht nicht, wenn wir uns einmal die Woche treffen, wir haben gerade so eine starke Krise und es ist so toll, wenn wir uns treffen, kommt da immer so viel gutes Ergebnis raus, ich finde, wir sollten uns jetzt zweimal die Woche treffen, und wenn dann alle sagen, Mensch, Christina, gute Idee, so machen wir das, dann habe ich die Spielregeln verändert und was ist zu beobachten, plötzlich treffen sich alle zweimal die Woche, also habe ich das Verhalten der Leute beeinflusst und ich habe natürlich die Spielregel verändert und deswegen müssen wir immer beide Seiten betrachten, ich glaube, diese ganze Debatte und auf die spielst du, glaube ich, auch gerade so ein bisschen an, ist ja deshalb relevant, weil man sich fragen sollte, was mache ich denn, wenn ich jetzt ein großes Unternehmen habe mit vielleicht tausend, fünftausend, zehntausend Mitarbeitenden und es ist in einer Krise und jetzt mache ich eine Analyse und frage mich, woran liegt das, dass das Unternehmen in dieser Krise ist und noch viel wichtiger, was bräuchten wir, damit wir wieder rauskommen, dein Metier, lieber Georgi, und jetzt kann man natürlich sagen, oh, wie erkläre ich mir das und jetzt erkläre ich mir das über zum Beispiel die Charakterschwäche meiner Mitarbeitenden. Ich sage es jetzt extra mal so überspitzt, ja, und ich sage, ah, die sind alle so unterentwickelt oder die wollen gar nicht richtig oder denen fehlt der Biss. So kann ich mir das natürlich erklären und wenn ich mir das so erkläre, was habe ich dann für Möglichkeiten an Maßnahmen? Dann muss ich jetzt anfangen, mit den Leuten ganz schnell Workshops zu machen und Trainings zu machen und sie in Einzelcoachings zu schicken, damit sie jetzt bloß diese Einstellung verändern oder endlich motiviert sind oder so. Und dann werde ich sehr wahrscheinlich auch merken, das ist gar nicht so einfach, denn ein Mensch verändert sich nicht mal eben so von heute auf morgen. Also mal angenommen, es läge wirklich daran, dass jetzt den Leuten der Biss fehlt, dann kann ich mir da aber auch Thema Biss die Zähne ganz schön ausbeißen, wenn ich jetzt anfange, die Leute alle zu verändern, ja. So, und deswegen, was ist denn das schärfere Schwert? Das schärfere Schwert wäre zu sagen, wenn ich da 10.000 Leute habe, dann verändere ich eben jetzt die Strukturen und um das Beispiel von eben noch mal zu nennen, da sage ich eben lieber, lass uns mal zweimal die Woche treffen statt einmal die Woche treffen und habe einen viel, viel größeren Hebel auf das Verhalten der Beteiligten. So, und es geht immer in dieser Debatte, welchen Einfluss hat der Mensch auf das Geschehen, glaube ich letztlich immer um den Streit darum, wo sind eigentlich die wichtigsten Hebel bei Transformationsprozessen. und unsere Erfahrung ist, dass das eine Sowohl-als-auch ist, weil wir kommen ja meistens in ein Unternehmen und haben den Vorteil vom Spielrand sozusagen das Spiel zu beobachten und nicht nur die Taktik zu sehen, sondern auch die Menschen zu beobachten, weil wenn ich Führungskraft bin und die eigene Krise analysiere, muss ich mich selbst auch eigentlich in Frage stellen. Und dass es so eine Selbstreflexion erfordert unglaublich viel Selbstbewusstsein und Selbstbewusstheit und auch Mut und ausgeprägte Selbstwertgefühl, sich selbst in Frage stellen zu liefern, ohne sich als Mensch vielleicht zu entwürdigen. Und da wir jetzt in Gänze das betrachten, ist das für uns ein bisschen einfacher. Aber ich glaube, es ist sehr selten einseitig, weil auch ein Unternehmen war ja sehr lange erfolgreich. Du sagst ja 10.000 Mitarbeiter. Man baut nicht einfach so ein Unternehmen mit 10.000 Mitarbeitern und wenn sie plötzlich von einem Tag auf den anderen Tag alle ein Biss verlieren, das ist sehr unwahrscheinlich, sondern da ist etwas passiert im System da draußen, was eine Störung verursacht hat und das Unternehmen hat nicht adäquat entweder reagiert oder agiert. Das ist das, was wir beobachten können. Genau, ja. Und natürlich muss ich mir Personen anschauen, die sehr zentral sind, also Vorstand, Geschäftsleitung, Eigentümer. Und natürlich kann es gut sein, dass ich mit dort dann eben auch in so einem Transformationsprozess mit diesen Menschen arbeiten muss, weil sie brauchen, ja, oder es wäre gut, dass sie sich eben anders verhalten, ja, also wenn ich sehe, der Geschäftsführer schlurft nur noch mit hängenden Schultern durch die Halle, dann könnte man auf die Idee kommen, dass das den Leuten jetzt nicht unbedingt so viel Mut macht auf die Zukunft, ja, und dann sind es manchmal so einfache Dinge wie, hey, verhalte dich doch einfach mal so oder wie siehst du denn eigentlich aus, wenn du, wenn du ein erfolgreicher Geschäftsführer deines Unternehmens bist und wie müsstest du, welche Ausstrahlung bräuchtest du, damit die Leute hoffnungsvoll in die Zukunft gucken und manchmal sind es dann eben solche Dinge, an denen man arbeitet, ne? Wie würdest du mit der Aussage umgehen, das ist, denkst du immer vom Kopf? Ja, das stimmt ganz oft, ähm, also, aber vor allen Dingen eben auch, ähm, man guckt, man muss gut hingucken, wie hoffnungsvoll sind Veränderungsbemühungen, also, es passiert so oft, dass sich Menschen bei uns melden, die auf einer zweiten oder dritten Führungsebene sind, in, in jetzt hierarchisch geprägten Kontexten oder die, weiß ich nicht, in irgendwelchen Rollen sind, dass sie als Agile Coach arbeiten oder, oder und eher in ihrer, ähm, Funktion so einen sehr guten Überblick haben übers Unternehmen, manchmal sind es auch so interne Berater oder, ja, solche Positionen, die melden sich bei uns und sagen, oh, ich sehe ganz genau, wir haben wirklich ein Riesenproblem und die Stimmung ist schlecht und, und alle gucken nach oben, ähm, und es ist wie bei des Kaisers neue Kleider, ähm, irgendwie alle sehen, der Vorstand ist nackt, und nur er merkt es nicht. Und es ist manchmal echt zum Verzweifeln, weil, ne, wenn natürlich kein Auftrag da ist vom Vorstand und, und, oder von, von den Gründern oder von den Geschäftsführern, je nachdem, wer es ist, die dann sagen, Mensch, ähm, können wir mal zusammenarbeiten, dann wird sich da eben auch wenig tun, ja. Und dann winken wir nämlich häufig auch schon ab und sagen, ja, wir können mit euch was machen, aber letztlich müsst ihr dann gucken, intern, dass ihr einen anderen Zugang findet oder dass ihr mal was Neues ausprobiert, wie ihr in eine andere Interaktion kommt mit eurer Geschäftsleitung. Aber es ist der Klassiker. Weiß nicht, wie ihr das erlebt, aber also bei euch, ihr kommt ja in anderen Situationen hinein ins Unternehmen, ne, da ist dann schon klar, da muss euch zugehört werden, in der Regel nehme ich an. Ja. Ich habe diesen coolen Spruch gehört, ich muss ja den versuchen zu rezitieren, dass die Veränderung dann kommt, wenn der Schmerz der Veränderung geringer ist als der Schmerz des Erhalts. Ja. Und das ist in einer Krise häufig genau der Fall, dass man einfach gezwungen ist, etwas anderes zu machen, was wir häufig sehen, dass die Leute in diese Wertedebatte flüchten und Kulturveränderungsprojekte und dann sehen wir wunderschöne Wertetafeln an den Wänden, das ist die, die sein wollen. Ne, ne. Und da fragt man sich immer wieder, was ist eigentlich eine Unternehmenskultur überhaupt? Weil. Wie greift man sie, Christina? Mhm. Die ist eigentlich gar nicht so schwer zu greifen, denn man kann sich immer fragen, also mal angenommen, du sitzt mit einem Team zusammen oder in einer Gruppe, dann kannst du dich fragen, welche Regeln sind es eigentlich, die unser Verhalten steuern? So, wie kommt es eigentlich, dass wir so, wie wir miteinander umgehen, miteinander umgehen? Und, also ich mache das, oder habe es letzte Woche gerade noch wieder gemacht, mit einer Seminargruppe. und dann kann man natürlich erst mal sagen, na guck mal, jetzt sitzt ihr hier alle so brav rum und hört mir so ganz aufmerksam zu. Wie kommt denn das? Habe ich euch das etwa gesagt vorher, dass ihr das tun müsst? Nein, ihr wisst es einfach sozusagen aus der Situation, dass das so der Normalfall ist oder dass das, das ist, was jetzt hier erwartet wird scheinbar, nämlich die Seminarleiterin redet und die anderen hören schön brav zu. Aber ist doch witzig, oder? Und was gibt es denn eigentlich noch alles so an unhinterfragten, ganz selbstverständlichen Regeln, die jetzt unser Verhalten steuern? Also wie kommt es eigentlich, dass jetzt hier ständig jemand rein und raus geht aus dem Kurs? Wollen wir das eigentlich auch so weitermachen? Und dann haben sie gesagt, ja, bei uns gibt es eben die Regel, dass letztlich das Business doch immer vorgeht vor zum Beispiel Seminaren. Und deswegen ist es erlaubt, dass wenn man zum Beispiel einen wichtigen Call plötzlich reinbekommt, dass man dann auch mal aus einem Seminar rausgeht und dann wieder reinkommt. Und jetzt könnten wir dasselbe nochmal in einem anderen Kontext anschauen. Da könnte es genau das Gegenteil sein. Also es kann auch sein, dass es in einem Unternehmen die kulturelle Regel gibt, wenn man im Seminar ist, dann ist das so wichtig. Und wir wissen alle, dass wir nur dann lernen, wenn wir damit voller Aufmerksamkeit sind, dass wenn jetzt ein Call plötzlich reinkommt, dass ich dann einfach zurückschreibe, bin im Seminar, melde mich morgen oder so. Und die Kultur erlaubt das, das so zu tun. Ja, und das sind eben jetzt Beispiele für kulturelle Regeln, die das Verhalten steuern. Und das sind vor allen Dingen eben auch Verhaltensbewertungserwartungen. Das heißt, wir sind ja alle immer darauf bedacht, möglichst keinen Ärger zu bekommen. Oder positiv gesagt, ein gutes Ansehen zu genießen bei den Kollegen, bei unseren Vorgesetzten. Und da tun wir ganz viel dafür. Vieles ist sehr unreflektiert. Ja, aber natürlich sind wir als Menschen immer erst mal darauf bedacht, gut zurecht zu kommen und eine gute Arbeit zu machen. Und deswegen sind wir wie Seismografen und können ganz viele Erwartungen spüren in Situationen. Und diese vielen, vielen Erwartungen, die eben so selbstverständlich sind und nicht ausgesprochen sind, sind eben die Kultur. Und Fragen, über die man da hinkommt, sind zum Beispiel, was müsstest du jetzt tun, um dir innerhalb von kürzester Zeit oder um innerhalb von kürzester Zeit deine Kollegen gegen dich aufzubringen? Oder was könntest du gar tun, um aus deinem Team rauszufliegen? Oder umgekehrt, was kannst du tun, um eben wirklich sehr beliebt zu sein und ein hohes Ansehen zu genießen? Nun, und über solche Fragen kommt man eigentlich da ganz gut ran. Eine sehr gute Beschreibung. Und, liebe Christina, aus der Perspektive der Kulturveränderung, wir hören ja immer wieder, dass man sagt, das Unternehmen ist durch, sagen wir, geschätzliche Gesellschaft die erste Generation geprägt worden und die zweite kommt an die nicht dran. Deswegen gibt es eine echte Divergenz zwischen dem, was man spürt und was man will. Und wie verändert man die Kultur? Ist das überhaupt möglich, bewusst zu verändern? Weil das auch, unter anderem, glaube ich, Haltung ist, mit welcher man auf die Dinge schaut, das, was du als Bewertungsnormen vielleicht mit aufgreifst. Aber ISO-Zertifizierung hilft dir dabei nicht, das zu verändern, vermute ich. Doch. Doch, genau das. Also, es ist jetzt erst mal auch wieder wahrscheinlich so ein bisschen kontraintuitiv, aber, also erst mal, finde ich, gibt es ein schönes Bild, das habe ich mal von Fritz Simon übernommen, dass man Kultur nur über Bande anspielen kann, wie beim Billard. Ja, also nicht direkt die Kugel ins Loch stoßen, sondern eben über Bande anspielen. Und über Bande heißt, über die Formalstruktur. Also über all die Dinge, die ich im Unternehmen entscheiden kann. Oder, sagen wir mal, besser entscheiden kann. Also ich kann ja nicht sagen, so ab morgen übrigens, ist das bei uns total okay, aus dem Seminar rauszugehen, wenn ein Anruf kommt. Ja, oder ab morgen ist jede Idee herzlich willkommen und wir reagieren voller Freude, egal von wem sie kommt. Und ab morgen finden wir übrigens Frauen in Führungspositionen super. Ja, und ab morgen gehen wir irgendwie ganz, ganz wertschätzend auch mit unseren Reinigungskräften um. So, also das sind alles Dinge, die lassen sich nicht anordnen. Aber natürlich kann man sagen, die hat sich ein Unternehmen über Jahre eingehandelt, so eine Kultur, nämlich eben über die Strukturen, über die formalen Strukturen. Und natürlich gehört ein Gründer auch, wir haben ja eben über Personen geredet, gehört auch zur Formalstruktur. Und ja, manchmal verändert sich Kultur durch einen Führungswechsel und manchmal auch nicht. Und dann ist es sehr interessant. Und gerade wenn du sagst, da kommt die zweite oder dritte Generation rein und die Kultur bleibt trotzdem so wie vorher und alle loben das, was der Vorgänger gemacht hat oder beten ihn an oder wie auch immer und der Neue hat einen schweren Stand, dann ist das natürlich sehr interessant, weil die Erwartung wäre wahrscheinlich gewesen, eine neue Führung kommt rein und es verändert sich ganz viel. Ja, so. Aber das bedeutet doch, die NEN-ISO-Zertifizierung oder eben die Einführung von neuen Qualitätsmanagement-Prozessen kann auch Kultur verändern. Nur eben, wir müssen uns von der Idee verabschieden, dass wir sie in eine ganz, ganz bestimmte Richtung, auf eine ganz bestimmte Art und Weise verändern können. Aber wir können natürlich Strukturen verändern und dann beobachten, was passiert und ob sich eine Kultur in eine gewünschte Richtung entwickelt oder nicht. Und welche Rolle spielen dabei die Personen oder ich würde sagen eher Menschen im ersten Schritt? Weil wenn ich beim Recruiting anfange, ich kann das jetzt auf die Beratungslandschaft übertragen. Einige Beratungshäuser, die auch suchen ein besonderes Menschenprofil, nicht besonders, sondern ein Menschenprofil, was in Bezug auf die Extrovertiertheit, in Bezug auf die Integrität, soweit man das beobachten kann, auf IQ, auf die analytischen Fähigkeiten. Und wenn man jetzt die Beratungslandschaft ein bisschen klastern würde, würde man sagen, das ist tendenziell ein Mitarbeiter dieser Beratung und das ist tendenziell ein Mitarbeiter dieser Beratung. Ja. Wie geht man damit um? Na, also erstmal ist es ja total legitim, dass man sich fragt, wer kommt bei uns gut zurecht beziehungsweise wie muss jemand sein, damit er bei uns erfolgreich sein kann. Das, finde ich, ist ja eine ganz, ganz relevante Frage. Denn ein Unternehmen baut ja eben genau sich diese Strukturen und in diesen Strukturen kann nicht jeder Mensch erfolgreich sein. Und es gibt ja immer wieder diese Phänomene, dass man reinkommt in ein Unternehmen und merkt, komisch, irgendwie, ich kriege meine PS gar nicht auf die Straße. Ja, also alles, was ich sage, da rollen alle nur mit den Augen. Und in meinem anderen Unternehmen fanden das alle immer ganz toll, was ich gesagt habe. Ja. So. Das ist ja erstmal der Normalfall, dass es hier eben eine Passung gibt, eine kulturelle Passung, die kann besser oder schlechter sein. So. Und deswegen ist es fürs Recruiting natürlich erstmal wahnsinnig wertvoll zu reflektieren, wie muss denn jemand sein, damit er oder sie bei uns auch erfolgreich sein kann. So. Erste Frage. Die zweite Frage ist natürlich schon schwieriger, nämlich mal angenommen, ihr seid in einem Veränderungsprozess und überlegt euch jetzt übers Recruiting, euch Leute reinzuholen, die dann über ihre Andersartigkeit dabei mithelfen, dass ihr euren Veränderungsprozess schafft. Da würde ich sagen, das ist so gut wie aussichtslos. Weil, ne, wenn ich jetzt eine Person reinhole, die ganz anders ist, die wird binnen kürzester Zeit genauso sein wie alle anderen. Oder wieder rausfliegen. Oder freiwillig gehen. Weil sie merkt, nee, Leute, also das Spiel mache ich hier aber so nicht mit. Ja. Also, ähm, so. Also heißt, natürlich ist kulturelle Passung ein Riesenthema, aber Kulturen sorgen für Homogenität. Kulturen sind erst mal der Feind von Diversität. Deswegen ist es auch so wahnsinnig schwer, Diversity in viele Unternehmen hineinzubringen, wo sie nicht schon längst ist. Ne, das ist also ein ganz komplexes Problem, das zu schaffen. So. Aber gut, das ist schon wieder noch ein neues Thema. Ja, insofern eine sehr, sehr wichtige Frage, weil Diversity um jeden Preis führt auch dazu, dass du ein System störungsanfälliger machst, weil du viel mehr Spannung reinbringst. Das ist ja nicht nur immer eine kreative Reibung, es kann ja auch dazu führen, dass es einfach Effizienzverluste da sind. Absolut. Genau. Und aus dem Grund war für mich auch die Frage, als ich deinen Satz gelesen hatte in deinem Buch, den mir sehr, sehr, ja, trifft, ja, von der Passung her, da steht, Wertschöpfung geht vor Sinn. Ja, du. Weil ich habe jetzt noch kein Unternehmen erlebt, das an einem Gewinn gescheitert ist, sondern eher an den Sinnbestrebungen oder den Purposebestrebungen. Naja, die Voraussetzung ist ja erstmal, dass die Wertschöpfung passiert in Unternehmen, denn Unternehmen ticken nun mal nach der Währung Geld. Das können wir jetzt ganz unromantisch finden oder auch sinnlos. Und es steht jedem frei, auch zu sagen, dass Unternehmen sinnlos sind und dass unsere ganze Wirtschaft sinnlos ist. Das, finde ich, ist eine total legitime Position, die man einnehmen kann. Aber wenn man es mit Unternehmen zu tun hat, dann muss man eben sehen, die ticken in der Währung Geld. Das heißt, sie müssen dafür sorgen, dass Geldströme zu ihren Gunsten fließen. Also zumindest genauso viel reinkommt, wie rausgeht. Nur dann werden sie sich vor dem Finanzamt rechtfertigen müssen, ob sie vielleicht eine Liebhaberei da betreiben. Denn wenn da gar keine Gewinne reinkommen über eine große Zeit, dann wird das Finanzamt ganz skeptisch. Das heißt, das Unternehmen muss Gewinn machen. So, und wenn es Gewinn macht und sich fragt, wie können wir denn noch mehr Gewinn machen, dann kommt man plötzlich zu so Luxusfragen. Nämlich, wie sinnvoll empfinden denn eigentlich die Menschen, die hier mit uns wirken, ihre Arbeit? Und könnten wir eventuell andere Sinnangebote machen? Oder könnten wir ein anderes Storytelling betreiben? Können wir eigentlich das, was wir tun, in andere Päckchen verpacken und eine Schleife drum binden, sodass die Leute das attraktiver finden? Ja, also das sind dann eben solche Fragen. Oder man sagt eben, man geht raus aus der Welt der Unternehmen und geht rein in die Welt von gemeinnützigen Organisationen. Und dort haben wir natürlich die Währungssinn sehr viel stärker im Vordergrund. Ich fand es auch sehr spannend, von Dr. Sprenger zu hören. Ich glaube, das kommt nicht mal von ihm, aber dass man den Sinn nicht nehmen kann von einem Regal, sondern man kann Sinn selbst verleihen aus eigener Kraft, man kann Sinn nur geben. Deswegen ist das, glaube ich, gar nicht die Aufgabe der Unternehmen den Sinn, außer wenn das jetzt um Recruiting und Marketing geht, um einfach zeitgemäß zu sein, für Sinn zu sorgen, was für mich persönlich immer wichtig war, diese Selbstwirksamkeitserwartung zu erfüllen, dass die Leute wirklich einen Rahmen zur Potenzialentfaltung bekommen und etwas etwas Sinnvolles für sich selbst machen können, weil sie etwas erreichen und etwas leisten. Ja, genau. Also ich finde auch, was jemandem als sinnvoll erscheint, das ist doch höchst individuell. Ja. Und gleichzeitig stehen natürlich viele Unternehmen unter Druck, gerade in diesem Thema Sinn, weil sie eben merken, es gibt Anforderungen vom Arbeitsmarkt, eben dort zur Schau zu stellen, wie das Sinnangebot an die Welt ist, dieses Unternehmens. Und bei einigen Unternehmen sieht das ganz gut aus. Ja, also die dann sagen, ja, das weiß ich, mir fällt jetzt gerade VAUDE ein oder so, die dann irgendwelche Outdoor-Kleidung produzieren und sagen, wir nutzen eben jetzt hier nur noch Materialien, die unserem Planeten nicht schaden und so weiter und so fort. Die haben es dann vielleicht ein bisschen leichter als jetzt irgendwelche produzierenden Unternehmen oder Automobilzulieferer oder oder, die sich im Zweifel rechtfertigen müssen, ob sie nicht gerade einen Riesenbeitrag dazu leisten, dass unsere Welt untergeht. Ja, also das heißt, da stehen auch Unternehmen extrem unter Druck aktuell und haben aber nicht so viele Möglichkeiten, sondern da kommen wir dann wieder zu den Unternehmern und zu den Investoren, die dann wieder neu entscheiden, wo investieren wir eigentlich jetzt unser Geld demnächst und lohnt es sich jetzt noch, dieses Unternehmen fortzuführen oder diversifizieren wir nicht lieber oder gründen wir nicht lieber noch ein Startup oder oder, um unsere Zukunftsfähigkeit sicherzustellen. Du sprichst in diesem Kontext von der Schauseite eines Unternehmens und einer Organisation. Ich glaube, die Gefahr ist dann am größten, wenn zwischen der Schauseite und Realität eine zu große Lücke klafft. Ja, genau. Zumindest für den Arbeitsmarkt, weil da lässt man ja sehr schnell sozusagen die Hosen runter. Also man kann natürlich den Bewerbern das Blaue vom Himmel erzählen. Sobald die eine Woche da sind, wissen die ganz genau, ob das eigentlich stimmt oder nicht. Kunden brauchen gegebenenfalls ein bisschen länger, weil ja auch nicht alle Kunden, die Produkte kaufen, da so stark hinter die Kulissen gucken. Dafür brauchst du dann wieder die Öffentlichkeit, den Meinungsmarkt, die Presse, die dann gegebenenfalls solche Diskrepanzen auch ans Tageslicht fördern. Ja, oder natürlich auch die Finanzmärkte und die sind ja auch sehr daran interessiert, dass dort auch Journalismus mithilft, dass man eben einen guten Blick hat. Wobei bei den Kunden in der Schauseite das Versprechen an den Mehrwert, den wir liefern. Ja. Und wenn der Mehrwert nicht passt, dann sollte man das auch relativ schnell feststellen. Ja, richtig. Was ich auch mit großem Interesse bei dir gelesen hatte, was ich mal vor, weiß ich nicht, 15, 16 Jahren im NLP-Kurs gelernt hatte, dass die Landkarten von Landschaften sich sehr, sehr unterscheiden können und dass das eigentlich die Filter sind, mit denen wir auf die Realität schauen, die Realität von uns konstruktivistisch ein bisschen gebildet wird. Wie geht man damit im Kontext einer Organisation um? Na, erstmal ist es eine gute Idee, immer zu sagen, alles, was gesagt wird, wird von einem Beobachter gesagt. Das heißt, ich muss immer schauen, wer konstruiert jetzt eigentlich gerade welche Wirklichkeit. Und Unternehmen konstruieren sich massiv ihre eigene Wirklichkeit. Und sie sind auch in der Lage, sich in einer Illusionsblase zu bewegen. Deswegen ist es so wichtig, dass sie sich immer wieder Irritationen besorgen, von außen Impulse reinholen, um immer wieder ihr Bild zu hinterfragen. Das ist eine sehr, sehr gute Idee, um nicht überrascht zu werden von etwas, was man einfach nicht hat kommen sehen. Aber die Gefahr ist erstmal sehr, sehr groß, weil Unternehmen diese Schließungseffekte haben. Also die, das geht ja über Zugehörigkeit. Gehörst du dazu oder nicht. Du gehörst dann dazu, wenn du eben für uns arbeitest und wenn du einen Arbeitsvertrag hast. Und wenn nicht, dann bist du halt irgend so ein Externer oder eine Externe. Und da gucken wir mal, ob wir dir zuhören. Aber das ist deswegen, ich finde, unsere Gattung der Berater und Beraterinnen hat dort auf jeden Fall eine riesengroße Daseinsberechtigung, nämlich immer wieder Irritationen, für Irritationen zu sorgen für Unternehmen. Genau, also insofern Unternehmen konstruieren sich ihre Wirklichkeit und wir alle konstruieren uns unsere Wirklichkeit und hier haben wir natürlich wunderbare Möglichkeiten, Menschen dabei zu helfen, sich zu verändern, aber natürlich auch einzugreifen in ungünstige Kommunikationsprozesse oder in noch größere Strukturelemente. Denn eine Umdeutung ist eine mit der mächtigsten Intervention oder eine Umbewertung. Also wenn du die Sache nicht ändern kannst, dann kannst du aber deine Haltung dazu verändern oder du kannst die Bewertung dieser Sache verändern. Die Sache bleibt immer noch die Sache. Aber dir geht es plötzlich gut damit. Also das in aller Kürze. Ja, genau. Und wir beobachten aktuell, dass Hierarchien in gewisser Verruf geraten sind. Es gibt ja viele Bestrebungen, wie erfolgreich die sind, sei dahingestellt, dass man möglichst wenig oder gar keine Hierarchien anstrebt. Was ist die Daseinsberechtigung von diesen Hierarchien? Warum werden sie höchstwahrscheinlich auch in der Zukunft notwendig sein? Naja, was du ansprichst, ist ja dieses Phänomen, dass obwohl ja in den letzten Jahren viele Unternehmen versucht haben, sie loszuwerden, die Hierarchien, sie aber selbst in den noch so agilsten Kontexten durch die Hintertür wieder hineinkommen. Also Hintertür heißt vielleicht auch auf einer informellen Ebene. Weil Hierarchien sind natürlich auch einfach wahnsinnig praktisch. Also zum Beispiel, wenn es schnell gehen muss. Wenn eine Entscheidung schnell getroffen werden muss, dann gibt es nichts Besseres als die Hierarchie, die sich darauf berufen kann, dass sie eben die Hierarchie ist und jetzt diese Entscheidung trifft, ohne dass man eben jetzt erst mal tagelang durch irgendwelche Diskussionsformate, Diskurs- und Abstimmungs- und Entscheidungsprozesse durch muss. Sie verhindert den sogenannten Communication Overkill. Das heißt, durch Hierarchie ist total klar, wer mit wem sprechen muss im Unternehmen und wer mit wem aber auch nicht sprechen muss oder wer eben auch nicht einbezogen werden muss. Wenn ich das nicht mehr habe, dann habe ich ja in jeder Situation wieder neu die Frage, wie machen wir das jetzt? Wen wollen wir denn jetzt dazu befragen? Wen sollen wir denn jetzt dazu mitnehmen? Und das kann man sich ja überlegen, was dann daraus folgt, ja, aus dieser Verunsicherung. Hierarchien sorgen dafür, dass total klar ist, wer ein Unternehmen nach außen repräsentiert. Das ist auch total praktisch, dass nicht einfach zum Beispiel jeder Pimpf ein Interview mit dem Handelsblatt führt oder so, sondern dass irgendwie ganz klar ist, das sollten bei uns Menschen tun, die da drauf vorbereitet sind und die da auch was wissen und, und, und. Also so und so hat Hierarchie viele Vorteile und natürlich hat sie auch Nachteile und ich meine, es wird ja immer kolportiert, so diese Situation, sorry, diese Situation, dass jemand eine Frage hat und die eigentlich einen Kollegen hat in einem anderen Bereich und jetzt klettert man eben erstmal diese Hierarchie hoch und dann auf der anderen Seite wieder runter und dann wird dort die Frage beantwortet und dann klettert es wieder in der Hierarchie hoch und auf der anderen Seite wieder runter und dann sind irgendwie vier Monate vergangen und der Mitarbeiter hätte nur mal kurz rüberlaufen müssen zu seinem Kollegen. So, das sind ja immer diese Dinge, womit Hierarchie kolportiert wird und da ist ja auch was dran. Also es ist ja auch was dran, dass Hierarchien eben durchaus auch im Umkehrschluss dazu führen können, dass sich Dinge verlangsamen. Ja, genau, aber insofern die perfekte Organisation gibt es eben nicht und es ist ganz egal, wie man sie organisiert, man handelt sich eben immer wieder die Folgeprobleme ein. Alles hat einen Preis im Leben. Alles hat einen Preis. ganz genau. Herr Christian, aus der Perspektive der Hierarchien beziehungsweise aus der Perspektive des Silos, man erlebt ja sehr, sehr häufig, dass ein Unternehmen durch Silos durchzogen ist und das hat auch einen Preis, weil Silos sind ja auf die lokale Optimierung ausgelegter Einheiten innerhalb eines Unternehmens. Man kann sie gar nicht effizient auflösen, weil man dadurch auch die Transaktionskosten steigen würde. Auf der anderen Seite die Grabenkämpfe zwischen den Silos sind auch nicht förderlich. Wie schafft man es, dass die Silos miteinander an einem Strang ziehen? Ja, weil ich glaube, die wichtigste Message ist erstmal, Silos gehen nicht weg, sondern Silos sind unvermeidlich in Organisationen, denn das Grundprinzip von Organisation ist Arbeitsteilung. Also du musst dich immer entscheiden am Wochenende machst jetzt Sport oder machst du deine Steuererklärung, beides gleichzeitig kriegst du nicht hin. Und in Unternehmen ist das Tolle, es kann organisiert werden, die eine Abteilung macht die Steuererklärung und die anderen gehen Tennis spielen, wie im wahren Leben. Und deswegen kann man sich erstmal von dieser Idee verabschieden und das allein ist extrem entlastend, weil man erstmal aufhört, dagegen zu kämpfen und dass man auch anerkennen kann, ja, das ist total praktisch für uns, dass eben nun mal die, die Steuererklärung bei uns machen, nur die Steuererklärung machen und die absoluten Experten da drin sind und das wirklich so schnell können und so toll in einer so hohen Qualität, dass es erstmal anerkennenswert und die, die bei uns Tennis spielen, die können das auch so super, ja, die kann man echt feiern und da kann man dann hingehen, wenn die ihr nächstes Turnier spielen und sie hochleben lassen, so, also das ist erstmal, glaube ich, sehr, sehr wichtig, das anzuerkennen und gleichzeitig kann man natürlich sagen, ja, aber es nervt, weil immer halten die sich für King Louis, ja, und die sind die Tollsten und wir nicht, dabei sind wir doch die Tollsten und so und jetzt geht es ums Business, und deswegen ist natürlich die Frage immer, was soll denn eigentlich gemacht werden, was soll denn eigentlich getan werden und wie kommt man auf die Idee, dass das Silo-Denken jetzt ein Problem ist, so, wann stört es denn wirklich, also dort ganz genau hinzuschauen und dann zu sagen, wieder Blick auf Struktur, was bräuchte es denn jetzt, damit eben die Produktion mit der Qualitätsabteilung und dem Vertrieb besser zusammenarbeiten, wie kann es gelingen, welche Strukturen braucht es und diese Strukturen dann zu etablieren und natürlich gehen die Silos nicht weg, der Vertrieb bleibt der Vertrieb und natürlich will er immer eine Sonderlocke machen für den Kunden und die Produktion bleibt die Produktion und natürlich wollen die immer die Kosten sparen und wissen wie viel ihre Maschinen leisten können, so, das wird nicht weggehen, aber man kann dafür sorgen, dass eben Kommunikation mehr wird an Stellen, wo sie zu wenig ist oder umgekehrt man kann dafür sorgen, dass Kommunikation weniger wird an Stellen, wo sie zu viel ist. Das ist eine gute Brücke auch für mich gewesen, dass auch in unserer Kommunikation wir immer darauf hinweisen, dass man nicht zuerst den Blick auf die Menschen werfen sollte, weil das ist die häufige Reaktion die Vertriebler oder der Vertriebschef und der Produktionsleiter, sondern schauen einfach, wie zum Beispiel die Strukturen dahinter sind, wie werden die Ziele festgelegt, weil manchmal man feststellt, dass sie absolut in unterschiedliche Richtungen agieren müssen, um ihre eigenen Silo-Ziele zu erreichen und das ist glaube ich da, wo für mich auch die Erkenntnis war, okay, nicht nur die Menschen sofort und die Personen in den Fokus rücken zu lassen, sondern sowohl als auch die Strukturen und die Systeme dahinter zu begreifen, weil die werden nicht weggehen und die Lösungsansätze liegen nicht daran, dass man zwei Menschen austauscht, weil im gleichen System werden wie höchst wahrscheinlich nach einem Jahr die gleichen Ergebnisse sehen, obwohl die davor die besten Buddies waren. Genau, so ist es. Und in diesem Kontext hört man immer wieder auch, dass zum Beispiel die Entscheidungskompetenz näher an die Fachkompetenz gehen muss, in einer komplexen Welt. Wie würdest du das aufgreifen? Ja, gute Idee erstmal und gleichzeitig können wir es wieder nicht als Norm ausrufen, sondern wir müssen wieder gucken und wie kann es eigentlich organisiert werden? Also welche Entscheidungen können eben dort an der Stelle getroffen werden, wo die beste Fachlichkeit da ist? Und welche Entscheidungen würden aber oder wann würde der Wert fürs Unternehmen verloren gehen? Also es geht ja auch immer wieder darum zu lernen und ein Unternehmen lernt dann, wenn Strukturen sich verändern und nicht, wenn Menschen gelernt haben. Also es bringt mir nichts, wenn jetzt im Vertrieb eben jemand eine Entscheidung alleine treffen kann und dadurch jetzt immer besser wird und immer mehr lernt über seine Kunden, aber quasi dieses Wissen über den Markt nicht zurückbringt ins Unternehmen, dann ist für das Unternehmen für den Moment was gewonnen, aber langfristig eher was verloben. Und deswegen ist es auch hier immer beides. Also ja, natürlich diese Freiheitsgrade schaffen, das macht total Sinn und gleichzeitig immer wieder dafür sorgen, dass es Kommunikationsformate gibt, dass es eben Treffen gibt, wo diese Menschen ihr Wissen wieder teilen und wo sie wieder Entscheidungen darüber treffen können, wie sie das Unternehmen gegebenenfalls umbauen müssen, um auch in Zukunft dann eben ihre Märkte gut bedienen zu können. Gute Perspektive und bisschen aus der Perspektive der perfekten Welt, wenn ich jetzt eine perfekte Führungskraft und perfekte Geschäftsführer oder Geschäftsführerin von Attributen hier beschreiben möchte, welche Attribute würde ich so dieser Person zuschreiben? wie ein Ethnologe sein, sich immer wieder auch hinter den Busch setzen und so tun, als würde man das eigene Unternehmen so gespannt beobachten wie einen Kopfjägerstamm auf irgendeiner Insel in der Südsee und dann aber immer wieder natürlich vor den Busch springen und wieder zurück sein. Also diese Bewegung halte ich für essentiell. Also ich glaube was vielen Unternehmern Führungskräften fehlt ist diese Zeit zum Reflektieren und zum Auswerten der Beobachtung und zum Reflektieren gehört natürlich erstmal auch diese Phase der Beobachtung. Also es gibt ja also es ist ja diese Dreiteilung ich muss ja das eine ist ja mein Daily Business ich mach und mach und entscheide und entscheide und sorge dafür dass Dinge passieren das tue ich aber nicht unbedingt in so einer Haltung von Beobachtung was passiert hier eigentlich gerade das ist ein anderer Modus das kann man aber gleichzeitig also am System arbeiten nicht im System arbeiten ja das ist dann das was daraus folgt aber erstmal wenn ich im System arbeite kann ich ja trotzdem beginnen zu reflektieren oder zu beobachten sage ich jetzt extra was machen wir ja eigentlich gerade und wie machen wir es und dann gehe ich raus und sage so was habe ich jetzt beobachtet und im Idealfall mache ich das ja auch nicht alleine sondern mit einer Gruppe von Menschen die ich schätze dafür wie sie sind und wie sie denken und was haben wir beobachtet und zu welcher Entscheidung kommen wir also können wir alles so lassen wie es ist oder verändern wir jetzt was und dann haben wir am System gearbeitet das setzt natürlich voraus dass man nicht nur reflexionsfähig ist sondern dass man auch die Nähe überspitzt zum Schopfloch hat dass man nicht in eigenen vier Wänden sitzt sondern auch beobachten kann und etwas zu beobachten hat ja oder und einfach weiß dass andere für einen tun und man eben wirklich dieses Netz hat dieses Beobachtungsnetz und dann da zusammenkommt ja sehr sehr spannend Christian ich habe zum Abschluss jedes Gesprächs immer drei Fragen die wir gerne stellen weil das auch eine sehr sehr starke Auskunst über die Person und vielleicht auch den Menschen gibt vielleicht gibt es ein Buch das dich in deinem Leben geprägt hat das muss gar kein Fachbuch sein einfach etwas was dir spontan einfällt was du mit guten Emotionen und vielleicht auch Erkenntnissen verbindest Pipi Langstrumpf du wirst lachen das ist nie das erste Mal dass das Buch genannt wird es wundert mich nicht gerade von Frauen wahrscheinlich oder du ich glaube mich haben ganz viele Bücher geprägt ich habe tatsächlich wahnsinnig gern gelesen als junger Mensch vor allen Dingen auch schon angefangen ich bin immer in die Bücherei gegangen haben mir Stapel von Büchern ausgeliehen und deswegen fällt es mir wirklich verdammt schwer zu sagen es war das eine Buch also ich glaube das gibt es bei mir gar nicht glaube ich wurde eher geprägt wenn du so willst gar nicht so durch Bücher Küchenpsychologie also ich habe früher oder ich bin auch viel so im ländlichen Kontext aufgewachsen und zum Beispiel bei meiner Großmutter in der Küche da hingen immer mal so wechselnde Sprüche ich glaube die kann ich bis heute alle noch auswendig oder bei unseren Nachbarn in der Küche auf dem Bauernhof da hingen immer Sprüche und ich glaube also die habe ich wie so ein Foto vor Augen ja welche Sprüche waren das wahrscheinlich gleich welche das sind ja wenn du die auswendig kannst genau also zum Beispiel ein Spruch werde was du noch nicht bist bleibe was du jetzt schon bist in diesem bleiben und diesem werden liegt alles schöne hier auf Erden wow das ist aber schon sehr küchenpsychologisch ziemlich tiefgründig ja ja ich glaube das hat mich extrem geprägt ja zum Beispiel oder wer lügt braucht zwei Gedächtnisse ja das ist Komplexitätsreduktion ja wenn man nur die Wahrheit sagt ich finde da fährt man immer am besten mit ja oder wenigstens nicht lügt wie jetzt die Psychologen sagen würden ja und Christina mit der Erkenntnis deines Lebens und du hast ja einen gewissen ausgeprägten Grad und Weisheit erlangt was würdest du deine 20-jährigen Christine empfehlen für ihr Leben ja steh dazu wie du bist und daraus wird wer du bist also ich glaube das hätte mir gut getan als 20-Jährige ähm noch viel mehr anzuerkennen dass das total okay ist wie ich bin weil ich war immer oder ich habe mich immer erlebt als irgendwie anders und fand das problematisch ich wollte immer gern so sein wie die anderen also ich wäre so gern unauffällig gewesen und hätte gern einfach so dazugehört und ich habe aber irgendwie nie so richtig so dazugehört und ähm ja weil ich eben immer so anders war und das fand ich doof und ich glaube das kam erst ganz spät dass ich das wertschätzen konnte bist du zufällig selbstständig ja zufällig ich habe nur über die passung gesprochen ja manchmal ist die passung zu sich selbst am besten genau dann muss man ja nicht sich anpassen in einer anderen Organisation und die letzte zugegeben die schwierigste Frage was ist der Sinn des Lebens für dich ist Tina zu sein tja jetzt könnte ich dazu noch mehr sagen ähm musst du nicht nein aber weißt du eigentlich zu sein und zu werden und das ist genau der Spruch den ich vorhin gebracht habe also ähm das habe ich damit assoziiert als du das gesagt hast ich sage das ist ja mein Sinn des Lebens so ist es ja ist übrigens von Grillparzer der Spruch ein österreichischer Schriftsteller der Ende des 18. Jahrhunderts äh geboren wurde kennt man gar nicht so richtig ne Grillparzer ich glaube Franz heißt er nee Christina vielen herzlichen Dank das war ein sehr 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 inspirierendes und passendes Gespräch es hat mir echt Freude gemacht ich danke dir herzlich ich danke dir sehr für deine sehr sehr schöne Begleitung hier durch die Welt deiner Fragen danke dir bei bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal